Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Anfangs bis Mitte Mai werden normalerweise auch die Nächte langsam milder, sodass man keine Frost mehr befürchten muss. Ein wichtiger Moment, der von vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern seit langem ungeduldig erwartet wurde. Jetzt kann man nämlich auch mit einer empfindlichen Pflanze rausgehen und Gartenbeete und Rabatten abpflanzen. Die Beete- und Rabattenpflanzen, also der typische Sommerflor, bringen Farben in den Garten. Gäle Tagetes, blaue Ageratum, rote Impassion oder Begonie und viele weitere Blumen lassen sich zu schönen Farbflecken oder Muster zusammenstellen, die im grünen Garten besonders gut zur Geltung kommen. Wenn Sie vor dem Auspflanzen ins Bett den biologischen Universal-Dünger-Gob Ökoplan ausstreuen und leicht einschaffen, gedähen die kräftigen und gut durch Wurzel der Setzung von Gob besonders gut und blüht fleissig bis zum ersten Frost im Herbst. Eine grosse Auswahl von diesen Setzlungen offerieren wir Ihnen das Wochenende praktisch eine Vierer- oder Sechser-Schale zum Aktionspreis. Bestimmt ein weiterer Grund, sich dieses Jahr für einen besonders farbigen Garten zu entscheiden. Für alle, die sich entschieden haben, besonders ökologisch zu gärtnern, habe ich jetzt noch einen Tipp. Von Gob Ökoplan gibt es jetzt einen neuen, besseren Dorfersatz. Ein 100%iges Naturprodukt aus biologisch angebautem Chinaschilf. Dieser Bodenverbesserer ist ideal zum Lüften und Lockern vom Boden. Im Winter schützt er Rosen und andere Stauden vor Frostschäden und als Abdeckmaterial unterdruckt den neuen Dorfersatz das Wachstum vom U-Kraut, sorgt für eine gleichmässige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit im Boden zurück. Nach dem biologischen Universal-Dünger-Gob Ökoplan und einem Kompostiermittel mit Knospengarantie sorgt jetzt also auch der neue Dorfersatz aus Chinaschilf dafür, dass ökologische Gärtner noch einfacher wird. Was Gob Ökoplan für den Garten ist, ist Gob Naturaplan für Küche, Produkte aus kontrolliertem biologischem Anbau oder zum Beispiel beim Boulet aus kontrollierter Freilandhaltung. Ein weiteres Rezept zu den besonders zarten Geflügeln verratet Ihnen jetzt unser Gast vom Bürgerstock, Armin Amrein. Grüezi miteinander. Ich habe mich diesmal für ein Boulet im Rotwien entschieden. Und das geht es auch. Das Boulet in portionengerechte Stücke schneiden und in der Marinade nach einem Rezept aus der Coop-Zeitung einen Tag lang einlegen. Gut abtropfen, mit Salz und Pfeffer würzen und im Olivenöl leicht anbraten. Mit der Marinade samt Gemüse und Gewürze auffüllen, trocknete Steinpilze und zwei geschälte, entkernte Tomaten dazugeben. Eine Zeit lang kochen lassen, dann einen halben Liter Bouillon dazugießen und eine Viertelstunde dünsten. Dann das Boulet rausnehmen und die Sauce leicht einkochen lassen. Durch einen Säbchen schütten, Anken einmontieren und mit Salz und Pfeffer eventuell ein wenig Rotwiesig abschmücken. Die Bouletstücke nochmals kurz in der Sauce erwärmen und auf warme Teller anrichten. Mit Brotgrouton, frisch glasierten Perlzwiebeln und Speckstreifen garnieren. Lustig geworden? Dann gibt es nur eines, Naturaplan-Boulet einkaufen, die Coop-Zeitung aufschlagen und ausprobieren. Nach dem Boulet im Rotwein jetzt aber doch noch etwas Süsses aus dem Markenfenster. Komm mit in die faszinierende Welt von Frisco Xtreme. Frisco Xtreme, die Korne mit der wunderbar genusprigen Waffe. Die einzigen mit dem zacht schmelzenden Pralinespitz. Xtreme, die Korne von Frisco. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und alles, was wir aus dem vielseitigen Möbelkatalog zeigen, können Sie in der Regel auch gerade mitnehmen. Gut zu schlafen kann man mit dem exklusiven Trendprogramm Kiki. Die unzähligen Variationen und Einzelteile passen in jeden Wohnbereich. Zum Beispiel das Bett im Buchedekor für nur 745 Franken. Oder der vierteuerige Spiegelschrank für 995 Franken. Und viele weitere Kombinationsmöglichkeiten. Passend dazu finden Sie jetzt in allen Coop-Toptipp-Ausstellungen, die Metallkleiderbügel in diversen Farben zum Preis von 2,90. Wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, dann ist das zwar schade, aber Sie haben doch noch genug Zeit für Ihren persönlichen Preisvergleich. Alle Jubilor-Bohnenkaffee gemahlen und Wack verpackten in den 500-Gramm-Packungen sind jetzt 2 Franken günstiger. Auch das Büssi kann profitieren. Alle Cha-Cha-Cha Premium im Stehbeutel sind günstiger. Das 10er Multipack kostet 5,50. Ein zweier Set in diversen Modellen für Kids gibt es für 20 Franken. Und für Minikids sogar für 18 Franken. Aufs Pfingstwochenende kommen Sie einen Butterzopf über für 2,30. Und im Coop-Restaurant machte Ihnen der Chef eine wehrschaffte Oberländer-Rösti für nur 8,50. Wer malt das schönste T-Shirt für Coop-Natur-Alleine? Das haben wir vor ein paar Monaten gefragt und haben daraufhin über 10'000 fröhliche, farbeprächtige Entwürfe von kleinen, aber kreativen Modeschöpfern rüberkommen. Auch die meisten Stimmen haben die strahlende Sonne von Ann-Sophie und die verspielten Elefanten von Ramona rüberkommen. Beide Sujet kann man jetzt in unseren Läden auf den T-Shirts kaufen. Den beiden Gewinnerinnen an dieser Stelle nochmals ganz herzliche Gratulation. Und den anderen, die mittlerweile sicher schon den Trostpreis bekommen haben, vielen Dank fürs Mitmachen. Auch diese Woche gibt es also wieder viele Gründe für einen Besuch in Ihrem nächsten Coop-Laden. Ich bin für heute am Schluss. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.